Mindsurfing bezieht sich auf eine kreative Technik, bei der eine Person ihre Vorstellungskraft nutzt, um eine Art virtuelles Abenteuer oder eine Reise im eigenen Geist zu erleben. Der Begriff leitet sich von der Idee ab, dass der Geist wie ein Surfbrett auf einer Welle reiten kann, um neue Ideen, Einsichten oder Inspirationen zu entdecken. Bei Mindsurfing geht es darum, den Geist zu öffnen und eine Art, mentales Abenteuer, zu erleben, indem man bewusst Fantasien, Träume, Erinnerungen oder andere Gedanken in den Vordergrund stellt und sich darauf konzentriert, sie lebendig und real zu machen. Es kann helfen, den Kreativitätsprozess anzuregen, Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern oder einfach eine Pause vom Alltagsstress zu nehmen. Mindsurfing kann auf verschiedene Arten praktiziert werden, wie zum Beispiel durch Meditation, Visualisierung, kreative Schreibübungen oder einfach durch das Lesen von Geschichten oder das Anschauen von Bildern, die die Vorstellungskraft anregen. Es ist eine kreative Praxis, die von vielen Menschen genutzt wird, um ihre künstlerische oder intellektuelle Arbeit zu inspirieren und zu verbessern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.